Sie hat es finanziell nicht nötig. Dschungelkampf steht bald wieder vor der Tür. Wen willst du gerne drinnen sehen? Hast du Gerüchte gehört? Ich weiß ja, wer reingeht. Das ist ein offenes Geheimnis. Dann erzählen wir mal. Eine sehr liebe Kollegin von mir, Ify Zenka, Rebecca Sinke. Ach genau, die Ify. Die habe ich damals gerne geguckt. Die ist super. Ify ist knallhart. Also Rebecca. Was meinst du? Wird sie vielleicht mal eine andere Seite zeigen? Wie ist sie so privat? Man weiß ja immer ihre Lindenstraßenrolle. Wenn du mal einer dazwischen reinreden würdest, würde ich ja sagen. Nein, Rebecca, ich kenne Rebecca seit ihrem achten Lebensjahr. Die ist jetzt, ich bin jetzt 40, sie ist glaube ich jetzt 34. Und ich kenne die seit dem achten Lebensjahr. Also ich bin ja mit ihr zusammen groß geworden. Die hat das Herz am rechten Fleck. Und das Geile ist an Rebecca, sie hat es finanziell nicht nötig. Die hat die PR nicht nötig. Die verkauft nichts. Sie geht einfach nur da rein, weil ich habe mit ihr gesprochen. Sie geht da rein, weil sie die Erfahrung machen möchte. Und das ist mal ganz, ganz selten. Das ist total unnötig. Bei einem Dschungel-Teilnehmer, der keine Schuld, entweder hat man Schulden oder irgendwie was anderes, so ein Kerbholz. Und Rebecca ist ein bekennender Dschungelfan. Und deswegen geht die da rein, der Erfahrung weg. Und ich schalte euch ganz fest die Daumen. Ich bin ja auch Dschungel-Experte bei BILD-TV. Bin ja auch bei jeder, fast bei jeder Live-Sendung bin ich dabei. Also beim, ja, also auf jeden Fall einmal die Woche. Und werde da meine Kommentare abgeben. Aber ich glaube, ich weiß auch die anderen, aber die darf ich dir nicht verraten. Hallo meine Lieben, hier ist euer Schlageronkel Norman Lang. Und ihr seht hier den Partyprinzen, der wirklich die intimsten Geheimnisse der Stars herausbekommt. Und mich hat er so das eine oder andere Mal auch schon bekommen. Also, viel Spaß damit. Also, im fünfždogan. Die, viele, viele whethers sind. Kollegen, dass die erf dolls euch aussieht. Die dritte Geheimnisse sind wirklich genau sousement möglich.